Musik Ja Keno, der Tag geht langsam zu Ende. Hat's dir gut gefallen? 100% Ich hab ja die Bette gewonnen, also lass mal wieder lecker Bayer drängen, oder? Ja, dann doch mal. Das ist heftig. Auf einen schönen Abend. Ja, jedenfalls. Also Keno, bist du heute eigentlich schon Schlepper gefahren? Nee, heute noch gar nicht. Heute noch gar nicht? Ja, dann können wir gleich mal ein Rennen fahren, oder? Rennen, das klingt immer gut. Ja, und würde ich sagen, dann gehen wir gleich mal raus. Dann setzen wir uns noch einen Schlepper. Ja, danke. Alles klar. Aufs Rennen. Ich bin gespannt. Ja. Den wärst Trecker fahren mit einem Bier dabei. Sehr gut. Ich glaube, das probieren wir mal aus. Ja, das machen wir doch mal hier. Mit dem Monster Backface hier, ne? Welchen nimmst du? Den starken von rechts oder den starken von links? Ja, der ist so dicht dran. Ja, der ist so dicht dran. Ja, der ist so dicht dran. Drei, zwei, eins. Los! Oh, mein Gott. großer Scheun, Faith! Ja. épend. Ja, Mann. Oh, mein Gott, wo ist das? Oh. Oh, Leid. Der ist rausgefallen gerade. Ich hab verraten auch! Kino, was ist los? Sollen wir warten oder was? Warte mal ab! Schau dir schon mal rein! Ah! Ich glaube, bevor ich den Meister vergieße... Kino, hier sieht man die feindosierbare Hydraulik mit dem Start-Schlepp aus. Hier rüßt du den Luna-Durz, leider! Wir kommen jetzt zum Mitnü, woher ist die Flüssigte Untertitel. Glusiv zum Mitnückchenким die Flüssigte Ausnahme aus dem demás. Ich habe die Flüssigte. Ich habe sie, bei der Flüssigte Ente, weil sie sich unglücklich hatte. Wiss aus dem Team! Was ist der Flüssigte Einmal? Ich glaube, meine Flasche ist leer. Ja, komm, aneinanderhalten. Wer hat hier drin? Ich glaube, wir haben uns gut geschlagen. Prost, ne? Prost. Endlich. Getriebe schaden alles. Junge, Junge, Junge. Dann noch ein Chassisbruch. Gleich in Halle 3. Gleich erst mal auf die Richtbach. Dafür sind wir ja hier an der Werkstatt. Ihr macht das wieder, dass alles wieder heil ist. Wir jagen den Knopf. Schnell. Wer ist einer der Fewer graduates? Wir jagen das, der wir jetzt haben. Ich bin hier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020